Die Entwicklung des kundenspezifischen Rührreibschweißprozesses beginnt mit den CAD-Daten des Kundenbauteils sowie den Anforderungen, denen das Bauteil gerecht werden muss. So zum Beispiel, dass es mediendicht und crashsicher ist. Vor allem im Bereich Automotive, Luft- und Raumfahrt, Schienenverkehr, Consumer Electronics werden solche belastbaren Verbindungen eingesetzt, um moderne Entwicklungen wie die Elektromobilität möglich zu machen. Die erste Frage ist, ob Rührreibschweißen das richtige Verfahren für diese Anwendung ist. Man sichtet die Geometrien und Materialpaarungen, trifft Annahmen, welche Prozessparameter und Reaktionen auftreten werden und schätzt die zu erwartende Schweißgeschwindigkeit ab. Durch den Einsatz von Rührreibschweißen lässt sich die Prozesskette oft auch neu gestalten. Dabei ist unser Blick interdisziplinär. Das heißt, wir betrachten die Fertigungskette unserer Kunden mit den vor- und nachgelagerten Prozessen sehr genau. Jedes Bauteil und jeder Herstellprozess sind einzigartig. Dank der Erfahrungen aus einem Jahrzehnt und unserer mehrfach ausgezeichneten Innovationskraft finden wir eine optimale Bauteillösung und das passende Anlagenkonzept. Hierzu treten wir frühzeitig mit unseren Kunden in Kontakt und fertigen gerne auch für Sie Prototypen und Muster. Die Schweißnähte werden in unserer QS-Abteilung auf ihre stofflichen und geometrischen Eigenschaften getestet. Schließlich eignet sich das Rührreibschweißverfahren vor allem für besonders anspruchsvolle Bauteile. Mit diesen Ergebnissen und dem steten Austausch mit unseren Kunden entsteht die Anlage zunächst virtuell, dann aber auch real in unseren Hallen. Die Performance der Anlage wird in Shop-Tests validiert. Nach einer kurzen Aufbauphase vor Ort ist das Equipment dann einsatzbereit. Mit einem globalen Netzwerk und Niederlassungen rund um die Welt begleiten wir unsere Kunden nicht nur bei der Inbetriebnahme, sondern über den gesamten Lebenszyklus der Anlage. Unser ganzheitlicher Blick in den Projekten mit den entsprechenden Kundenbedürfnissen zeichnet uns seit jeher aus. Damit ermöglichen wir unseren Kunden auch in Zukunft leistungsorientiert und innovativ zu produzieren.